alle freunde herzlich willkommen zurück zu vertreiben was tun wir erst mit dem hier immer wieder versteckt jagd ja und in zukunft werden wohl immer erst gegen ende irgendwie akate machen weil dann selbst das ist noch blöder jedes mal wenn ich aus der akate zurückkomme muss ich ja restarten weil es irgendeinen sound bug mal wieder gibt was man sonst nichts hört oder nur sehr leise ist natürlich ungünstig aber auch gut ist auch blöd nach jeder folge müsste ich neu starten ich sehe die schlange schon oder auch nicht damit der vielleicht nicht so was zum teufel geht ihr vor sich ich lasse mich aus such mich da Die Lante brennt, die Lante brennt. So. Ach, wir sehen die Lante. Hä? Zugang zu meiner? All right. Nope. Die Lante brennt. Die Lante brennt. Die Lante brennt. So. Okay. Jetzt wird wieder ein Psycho-Trip. Die Lante brennt. Die Lante brennt. Man, dieses Heilen hier drin haben. Die Lante brennt. 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 Was und das soll sich ausgehen? Nope, das habe ich mir schon gedacht. Wohohoho, okay, wie ging das jetzt? Ach so, wäre es eigentlich gegangen, okay. Mann, hier ist man gleich voll auf Psycho-Trips, das ist Wahnsinn. Ein bisschen Geld. Wenigstens gibt es nur einen schlechten Weg hier raus. Ah, das sieht leider auch zu nahe, viel zu nahe. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Noch irgendwo jemand? Okay, verschmatzen! Sieh mal einer an! Lässt sich mal wieder ein Flugzeug blicken! Das ist ein Flugzeug. Er ist ein Flugzeug. Okay, da steht ein Hubschrauber. Böses Flugzeug, Böses Flugzeug. Versuch's nicht, ja? Du tust mir nichts, ich tue dir nichts, so läuft das. Gut, schön, dass wir uns da einig sind. Ach der ist wieder unbewaffnet. Schauen wir uns auf die Reinen schauen. Ah, fliegt man. Der fliegt nicht. Ich dachte, wir hätten die Abmachung, ne? Scheinbar nicht. Da kann keiner sagen, ich hätte ihm keine Chance gegeben, ne? Malzeit. What the fuck is'n das? Tritt sie ja in die falsche Richtung. Oder? Nein, plötzlich tritt sie in die richtige Richtung diesmal. Jetzt abwechselnd mal. Okay. John hat nichts besseres verdient. Danke, Faith hat uns Leid zugefügt, das nie vergehen wird. Danke, dass du sie ausgeschaltet hast. Danke schön. Boom. Hoppla. Verzeihung. Rote Fesse sind einfach zu verlockend. Ganz ruhig, schon vorbei. Gefährliche Wildnis. Hey, da gibt's auch noch Versteck. Warte mal, der Schlange. Bienen. Uh. Oh. Haha. Wütende Bienen. Oh. Wow. Wow. Oh. 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 Okay, hier bleiben sie. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Das war's mit dem Wienerlief. Irgendwo geballert wieder. Klatsch. Achso, wir können uns unter Wasser ja nicht wehren. Dann ist das so wie beim ersten Versteck. Pumpe einschalten, Wasser ablassen. Irgendwie. Mal schauen. Achso, lass mich raten, wir müssen hier hinein. Da muss er wohl da unten sein. Hm. Dafür können sie nicht lang genug die Luft anhalten. Achso. Achso. Das war's. Du hast dann keine Skillpunkte hier? Doch. Natürlich. Wieder noch 10 Skillpunkte. Was macht man eigentlich mit all den? Wieder 10 Skillpunkte. Mehr Zeugs finden, weniger Schaden durch die Angriffe. Leichter Fahrzeuge platt machen, also noch leichter. Hm, das könnte gut sein. Mehr Munition. Also mehr fette Munition. Das lohnt sich schon. Welcher Pennerballer ist eigentlich die ganze Zeit rum? Kann ich auch. Ich hab die auch unter Wasser eigentlich. Jo. Next Stop. Noch zwei Verstecke gibt's hier. Ja, wurscht machen wir die halt auch gleich, wenn wir schon da sind. Dann machen wir die halt auch gleich und danach geht's wieder zurück ins Arcade. Wohhh. 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 Es breitet sich aus! Wohhh. Bazurk. Oh, wer schießt da? Für den Vater! Drück hervor! Ich pass auf dich auf! Drück hervor! Drück hervor! Ah da! Ui, Bär, kein Problem, aber gut, erst im nächsten Part, Leute, also ich bedanke mich heute fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, okay, vielleicht auch noch nicht, ne? So, aber jetzt, ich bedanke mich heute fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, ciao!